Wir folgen dem Schiff nach Westen und finden raus, wer dahinter steckt. Und dann? Dann bringe ich ihn um. Das ist gefährlich, vielleicht sogar glatter Selbstmord. Schon gut, Tripp. Bin dabei. Du hilfst uns. Du steckst in der Klemme. Und was soll das Gequatsch über Selbstmord? Die Sklavenhändler sind genau wie alle anderen Gegner. Ist alles nur eine Frage der richtigen Waffen. Oh. Das Schiff, das dich fast erwischt hat. Die letzten sechs Monate ist es jeden Tag hierher in die Krater gegen gekommen. Ich hab nicht kapiert, warum. Also so hab ich darauf geachtet, was sie mitnehmen. Tja. Und Stück für Stück hab ich's mit zusammengereimt. Du hast gesagt Waffen. Was für Waffen? Der Leviathan. Jedenfalls nenn ich ihn so. Das Ding, das sie da bauen. Ein Megamec. Der größte aller Zeiten. Mit solch einer Waffe könnte man's mit jedem aufnehmen. Wir warten also, bis die Plünderer morgen zurückkommen. Dann folgen wir ihnen in deinem Flugschiff? Genau. Bevor wir fliegen können, brauche ich ein paar Ersatzteile. Zum Glück weiß ich genau, wo es die gibt. Wir suchen nach einem Verteiler, einem Kühler, einem Turbolader und einer Energiezelle. Also, hier werden wir den Verteiler finden. Du bleibst besser hier zu emden. Die Kletterei ist schwierig. Männersache. Bist du dabei? Kommt mit, hier lang. Es ist ganz da oben. Sollen wir es ein bisschen interessanter gestalten? Interessanter? Wie wär's mit nem kleinen Wettrennen bis nach oben? Fertig. Fertig. Drei. Zwei. Eins. Los! Hey, das geht nicht. Sind es oben! Achtung, dir wird gefallen, was jetzt kommt. Ist das schon alles großer? Großer. Okay. Oh, da musst du drauf anpassen. Nicht weit. Hey, das ist wohl nicht dein erstes Mal. Das machst du also in deiner Freizeit. Das ist wohl nicht dein erstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Du hast gewonnen. Wie hast du das gemacht? Was du für eine Sekunde dachte ich schon. Du hättest mich. Ich hab nur wegen meinem schlimmen Arm verloren. Oh, natürlich. Sonst, mein Guter, hättest du Staub schlucken müssen. Aha. Sorry, ich muss nur mal kurz anhalten und Luft holen. So. Wir wurden gar nicht richtig vorgestellt. Und Pixie? Wie kommt man zu so einem Namen? Keine Ahnung. Und was ist mit dir? Wie heißt du? Monkey. 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 Das leuchtet mir ein. Mit meinem Enterhaken bringe ich uns beide runter. Toll. 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 Geh! Gut gemacht, Jungs. Wer hat den gewonnen? Ich. Nein, hast du nicht. Doch. Ich hab gewonnen. Trip. Hier geht's zum Turbolader. Folgt mir. Okay. Hinter dieser Tür, da ist die eigentliche Mech-Fabrik. Dort finden wir einen Turbolader und einen Kühler. Ich mach das auf. Hier ist der Plan. Da ist ein Turbolader auf der Plattform. Aber da gibt's ein Problem. Dort oben wimmelt's von Mech-Signarallen. Um da heranzukommen, müssen wir diese beiden Stege hochkriegen. Wenn du die Stege anhebst, bleib ich mit diesem Baby hier. Wenn die Mechs rauskommen, nick ich sie um, während du dich ins Getümmel stürzt. Legen wir los. Okay, Monkey. Schalt ihn an. Da sind keine Backwash-Fabrik. Gott, Gronab. Das war's für heute. Ist zu weit zum Springen. Sürf mich rüber. Jetzt kommt der zweite Steg dran. Pass auf! Sobald er oben ist, kommt diese Max raus! Fertig, Monkey? Oh, bin bereit. Fertig! 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 Das war's. Das war's.